Ja, ich wollte kurz über meine Erfahrungen mit Instant Change berichten. Vor circa zwei Wochen hatte ich die letzte Anwendung. Einer der Hauptthemen war bei mir, dass ich sehr starke Schmerzen in der linken Hüfte gehabt habe. Die Schmerzen sind nach der letzten Anwendung so gut wie weg gewesen. Der Zustand hat bis heute angehalten. Und was mich da sehr beeindruckt hat, ist, dass während der Anwendung, obwohl die Personen stattgefunden haben, ich es stark körperlich gespürt habe. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Annette Hengst bedanken, die die Anwendung bei mir durchgeführt hat. Liebe Annette, nochmals vielen Dank für deine Geduld, deine Empathie. Und ich kann es uneingeschränkt empfehlen und würde es auch jederzeit wieder machen.